Auch bei Triathlet Christian Droger wichtig, die Abstimmung. Neben der Alltagsprothese hat er zwei für seinen Sport. Beim Thema Prothesen gibt es eigentlich einer Person, der ich wirklich vertraue, das bin ich selber. Weil ich glaube, dass ich selber die Prothesen anhabe und kein anderer, der so anhaben kann wie ich, und die auch keinen zweiten passen. Und dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der was gespürt, was ich wirklich brauche bei der Prothesen. Und das muss ein Mann dann umsetzen. Orthopädie-Techniker Gernot Breschan. Können wir bei der Radprothesen ein bisschen die Drehung da umstellen. Das war halt der Hit. Gemeinsam tüfteln und arbeiten die beiden seit Jahren an den idealen Einstellungen für Christian. Es begann sehr schlicht. Angefangen hat es einmal mit den ersten Laufrunden einfach, dass ich mit der ganz normalen Prothese, mit der Alltagsprothese gelaufen bin, dass ich mir zwei Laufschuhe angezogen habe. Der erste Ironman war sogar noch mit beiden Laufschuhen und dann haben wir versucht, die Kosmetik runterzutun und nur auf Carbon zu laufen, was auch schon eine Verbesserung war.